Standpunkte, der Podcast auf Apolloot. Zum ersten Mal. Die heutige Zeit bietet trotz aller beängstigenden Ereignisse nie dagewesene Möglichkeiten. Ein Standpunkt von Thomas Eisinger. Vieles läuft derzeit in politischer Hinsicht mies und doch gibt es ein Phänomen, das man als das Gute im Schlechten bezeichnen könnte. Die global herrschenden Kräfte haben es mit ihrer freiheitsfeindlichen Agenda, mit ihrer Propaganda- und Ausplünderungspolitik so übertrieben, dass nicht wenige bisher sanft Schlummernde dabei sind, aufzuwachen. Das Internet erlaubt es, sich vielseitig zu informieren. Propaganda und Staatshandeln werden zunehmend infrage gestellt, Macht und Geld als Triebkräfte hinter vordergründigen Ereignissen erkannt. Ein ganzheitliches, integrales Weltbild bildet sich heraus, das sich gegen die vorherrschenden Paradigmen des Materialismus und Transhumanismus richtet. Nicht wenige zweifeln das Prinzip autoritärer Führung an und suchen nach alternativen Wegen eines friedlichen, gerechten Zusammenlebens. Je nachdem, wohin man blickt, kann man in der jetzigen Situation stärker die Risiken oder die Chancen betonen. Der Autor hat sich Zweiteres vorgenommen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wissen so viele Menschen Bescheid über Propaganda. Seit ihren Anfängen etwa um 1900 bis 1920, Le Bancs Psychologie der Massen, Bernays Propaganda, Lippmans die öffentliche Meinung, haben sich weltweit tausende von Psychologen damit beschäftigt, wie Menschen beeinflusst werden können. Es existieren unzählige Websites und Bücher, in welchen die Methoden, Techniken und Tricks beschrieben werden. Jeder, der es wissen möchte, kann es wissen. Und jetzt kommt das Beste. Propaganda funktioniert nur, wenn sie nicht bemerkt wird. Nur solange Menschen der Meinung sind, sie erhalten echte Information, schenken sie ihr Glauben. Sobald sie bemerkt haben, dass verborgene Absichten dahinter stecken, sind Zweifel und Misstrauen wesentlich stärker als das Restvertrauen, das oft nur noch aus jahrelanger Gewohnheit besteht. Aber ist Vertrauen erst verspielt, lässt es sich äußerst schwer zurückgewinnen. Die Propaganda versagt. Heute, 2023, glauben in Deutschland noch ca. 50% den großen Medien. In den USA sind es weniger als 20%. Propaganda verliert ihre Wirkung. Die Erzeugung einer mehrheitlich geglaubten Scheinrealität bricht zusammen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit können sich die Menschen selbstbestimmt informieren. Dank Internet, freien Medien und rührigen Einzelpersonen haben die großen Medien ihre Gatekeeper-Funktion weitgehend verloren. Während früher eine Handvoll Medienkonzerne entscheiden konnte, welche Informationen an die Menschen geliefert werden und welche nicht, ist das heute nicht mehr möglich. Jeder, der dies möchte, kann sich selbstbestimmt informieren. Damit ist die Durchsetzung einer einzig gültigen Wirklichkeitswahrnehmung seitens Politik und Medien unmöglich. Aus diesem Grund ist in den letzten Jahren der größte Zensurkomplex der Welt entstanden. Der Amerikaner Michael Schellenberger, Mitgründer von Greenpeace, mittlerweile ausgetreten, nennt es den Censorship Industrial Complex. Spätestens seit Corona ist bekannt, wie extrem die Zensur zuschlägt, um die staatlich verordnete Realität durchzusetzen. Doch je wilder die Zensur, desto offensichtlicher die Angst und Hilflosigkeit der Narrativreiniger. Doch es ist vorbei. Ist das Vertrauen verspielt, so kehrt es nicht mehr zurück. Sie wissen es. Und sie wissen, dass wir es wissen. Doch sie machen weiter. Denn ein Zurück ist für sie unvorstellbar. Kauft Popcorn. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit erkennen viele die Machtmotive hinter den Weltkrisen. Der Werte-Westen, die regelbasierte internationale Ordnung, Kriege, um Demokratie und Freiheit zu bringen, die USA mit über 800 ausländischen Militärbasen, Russland 9, China 1, nie existierende Massenvernichtungswaffen, die einen Krieg rechtfertigen mussten und so weiter. Es ließe sich noch lange fortsetzen. Unzählige Historiker, aufrechte Journalisten und mutige Whistleblower haben der Welt gezeigt, worum es wirklich geht. Macht, Geostrategie, Rohstoffe, Kontrolle, Geld. Menschen, die sich unabhängig informieren, lassen sich mit den seit Jahrzehnten bekannten Phrasen nicht mehr manipulieren. Der Rückhalt für diese Politik nimmt ab. Mit medialem Dauerfeuer Ukraine, Russland, demnächst Niger, wird versucht, gegenzusteuern. Doch weder die USA noch die Bundeswehr finden genug Rekruten für die Verteidigung der westlichen Werte. Ob es daran liegt, dass diese Werte am Ende aussehen wie syrische Ölquellen, irakische Raffinerien oder Milliardengewinne für Rüstungskonzerne, immer mehr der 99% erkennen, dass die 1% ohne sie zu absolut nichts Kriegerischem in der Lage wären. Und es werden monatlich mehr, die dies bemerken. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit werden die großen Pläne so frühzeitig aufgedeckt. Die Bilderberger-Konferenz existiert seit 1954. In der Öffentlichkeit war sie praktisch unbekannt. Obwohl dort die Crème de la Crème aus Politik, Hochfinanz, Militär, Medien, Adel und CEOs zusammenkamen, Jahr für Jahr. Doch investigative Journalisten zwangen sie dazu, eine eigene Website mit Teilnehmerlisten zu veröffentlichen. Die Davos-Clique, das World Economic Forum um Kissinger und CIA-Zirkling Klaus Schwab ist spätestens seit der Pandemie in aller Munde und so weiter. All die Elite-Organisationen, Thinktanks, NGOs und internationalen Institutionen stehen heute viel genauer unter Beobachtung, als dies noch vor zehn Jahren der Fall war. In den unabhängigen Medien wird frühzeitig über die Pläne berichtet, so etwa der monströse Plan der WHO, im Falle einer gänzlich undefinierten Pandemiesituation, alle Regierungen der Welt überstimmen zu können. Freie Journalisten deckten frühzeitig die teils extremen Unstimmigkeiten in der Corona-Impf-Berichterstattung auf und ermöglichten es Millionen von Menschen, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Das Beste, immer mehr Menschen sind wachsam. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit können sich Millionen von Menschen frei vernetzen. WhatsApp, Telegram, Signal, mehr als drei Milliarden Menschen auf der ganzen Welt können sich heute miteinander verbinden, kommunizieren, Informationen austauschen. Vielleicht ist dies sogar die größte Neuerung von allen. Denn damit sind Dinge möglich, die früher undenkbar waren. Videos, die innerhalb eines Tages millionenfach gesehen werden und üble Machenschaften aufdecken. Gruppen, die auf mehrere 100.000 Mitglieder anwachsen und sich verabreden können. Podcaster wie Joe Rogan oder Tucker Carlson, von denen jeder mehr Zuhörer erreicht als alle Hauptnachrichtensender der USA zusammen. Deshalb ja auch die massiven Versuche von Regierungen und Geheimdiensten, die Verschlüsselungen der Plattformen zu brechen. Es ist dasselbe wie mit der Zensur. Angst und Hilflosigkeit lassen sie über alle Stränge schlagen. Wir werden sehen, wie weit sie bereit sind zu gehen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit braucht es keinen großen Führer, um Großes zu erreichen. Das ist Spekulation. Denn auch wenn alles hier Beschriebene richtig wäre, so lässt sich diese Aussage nicht beweisen. Im Gegenteil, es sieht eher danach aus, dass die Masse noch immer nicht in der Lage ist, sich selbst zu organisieren. Nicht einmal in kleinen Gruppen von 20, 50 oder 100 Personen. Eine Vielzahl gescheiterter Projekte spricht Bände. Zugleich sind auch einige der engagierten Personen aus der freiheitlichen Bewegung nicht frei von Narzissmus und verhindern teilweise eine übergreifende Zusammenarbeit. Dennoch. Auch wenn sich der Weg erst schemenhaft zeigt, die Richtung ist klar. Vernetzte Zellen mit hoher Autonomie und den Be оргsaiden mit hoher Autonomie judges